Ich wär so gerne mal ein Fisch, denn Fische blubbern träumerisch. Die ganze Zeit durchs Kühlenass, Fische sagen niemals was. Ein Störer, ein Aal, ein Barsch, egal. Hauptsache Fische... Hallo, mein Name ist Ivo Lotion, ich bin Moderator der Lokalrunde der Show mit Weltniveau. Ich bin hier im Fußfetischist, oder Fußfetifisch, da lässt man sich von diesen wunderbaren kleinen Fischen die Füße abknabbern, also reinigen. Die knabbern nur so totes Zeug ab, tote Hornhaut. Und ich dachte, für die Show, wenn man als Moderator auftritt, da macht man sich ja nicht nur die Haare schön oder auch mal Avocado auf die Schwellungen hier oder eine Anti-Age-Maske. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man gepflegte Füße hat, denn das bringt so ein Wellnessgefühl, was man dann in der Show natürlich als Moderator auch ausstrahlen möchte. Das Lustige ist, dass ich hier im Fußfetifisch den Micha Ebeling getroffen habe. Der sitzt hier neben mir. Du bist öfter hier, Micha. Ja, das ist lecker. Was ich gehört habe, diese Fische, die kommen wohl aus Asien oder Türkei und die leben in so ganz nährstoffarmen Gewässern. Und deswegen sind die froh über alles, was sie ins Becken gehalten. Meine Füße gezeigt werden, ja, das möchte ich nicht. Klar, die Füße verpixeln wir, das ist klar. Ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht mal die Hand reinhalte, so als meine Küre. Ich denke mal, da gibt es extra Sessions, aber die Becken sind dafür nicht. Man kriegt auch einfach gute Laune, man lächelt und so sagt, Wellness, cool. Oh, well, 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 well Also ich freue mich auf die Show mit sauberen Füßen am Freitag im Café Burger um 21 Uhr, Lokalrunde. Die Show mit Weltniveau. Die Haare sind weg. Du hattest doch so viele Haare wie so ein Hobbit, die sind alle weg. Das ist gut, musst du dich nicht mehr rasieren. Ich hoffe mal, dass das jetzt eine Ordnung hat. Meine Haare, meine Fußhaare sind weg.